Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit der Technologie 3D-Druck und Additiverfertigung beginnen oder bereits erfahrener Anwender oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 3D-Druck-Erfolgsformel. Da kann man jetzt relativ wenig damit anfangen, indem man die Formel nicht kennt, aber es gibt eine Formel, die wir anhand von Mustern in der Beratung herausgefunden haben, die 3D-Druck zum Erfolg führt. Und es gibt ein paar Punkte, die muss man dabei beachten und da möchte ich in dieser Folge entsprechend darauf eingehen, welche Punkte das sind in der Formel und wie man seinen Erfolg schlussendlich auch definieren sollte. Und dabei gibt es ja, wenn man seinen Erfolg mit 3D-Druck definiert, das ist eine Definitionssache, ganz unterschiedliche Bestandteile. Der ein oder andere möchte vielleicht nur schnell Bauteile haben. Wiederum jemand möchte vielleicht mehr Flexibilität, wiederum jemand mehr Produktivität. Der ein oder andere möchte vielleicht nur Prototypen, wiederum jemand möchte vielleicht eher das Material erforschen oder etwas ausprobieren. Es kann aber auch sein, dass es um Prototypen und dann weiterentwickelt zum Thema Betriebsmittel, Halterungen, Montagehilfen geht oder dass man schlussendlich sagt, das 3D-gedruckte Bauteil soll eine wirkliche Lösung für den Kunden sein, indem es auch ins Produkt mit integriert wird. Und dabei gibt es verschiedene Ansätze sozusagen, wie man seinen Erfolg definiert. Manchmal ist es auch so, dass verschiedene Ansätze zusammen Erfolg als Person mit 3D-Druck sozusagen ausmacht. Aber es geht bei dem ganzen Thema Erfolg mit 3D-Druck nicht darum, dass Sie jetzt an dem Punkt sind und sagen, ich muss jetzt ganz viel Wissen aufnehmen, ganz viel Wissen zur Technik. Ich muss alles wissen, bei jedem Webinar dabei sein, auf jeder Veranstaltung mit dabei sein, jede Schulung mitmachen, mit jedem Anwender sprechen, mit dem Hersteller sprechen und so weiter und so weiter und komische Fragen stellen. Sondern es geht noch viel tiefer und zwar, wie man diese Informationen, die man dort bekommt, vor allem richtig interpretiert. Weil dieser Faktor Mensch zwischen dem Erfolg und der Information macht ganz arg viel aus, da werde ich nachher noch gleich kurz darauf eingehen, in dieser Erfolgsformel, dass Sie vielleicht Dinge komplett falsch interpretieren, bezogen auf Ihre Situation. Dass Sie das aus einer ganz anderen Sicht betrachten, wo Sie vielleicht einen ganz anderen Standpunkt einnehmen sollten, um einen ganz anderen Blick auf bestimmte Situationen und Themen zu haben. Also ganz oft ist es ganz gut, vielleicht, wenn man sich so als Schachfigur vorstellt, nicht nur den Charakter zu wechseln, sondern in dem Fall auch auf ein anderes Feld sozusagen zu stehen, um die Situation von einer anderen Seite zu betrachten. Und da gibt es ein paar Grundthemen, die über diesen Problemstellungen, die Sie vielleicht noch gar nicht ganz wahrgenommen haben, dass diese Grundthemen erstmal kommuniziert werden müssen. Das heißt, wie kann man sich das gut vorstellen, dass wenn man zum Beispiel eine Handvoll Herausforderungen hat, jetzt mit dem Thema 3D-Druck, weil man vielleicht flexibler werden will oder weil man seine Kollegen entlasten möchte mit guten Vorrichtungen, indem man dort Stress rausnimmt, dann muss man natürlich gucken, wie lassen sich diese Herausforderungen entsprechend genauer definieren und wie kann man diese Herausforderung einem bestimmten Thema zuordnen. Das ist also ganz wichtig. Und wie Sie vielleicht jetzt auch herausgehört haben, ist es auch so, dass viele Anwender jetzt an dem Punkt stehen, die haben das Thema Technik jetzt durch. Also wer sich dort jetzt wiedererkennt, der sagt, ich habe viele Materialien durchprobiert, ich kenne die Parameter, es läuft alles super, ich druck ganz viele Teile, ich habe wenig Druckabbrüche, man weiß, wie man nachbearbeitet. Es gibt einfach kein wirkliches großartiges Hindernis mehr, wo man sich denkt, dass man jetzt nicht schon gelöst hätte, weil man Meister in einer Aufgabe geworden ist, was die Bedienung des Druckers, was die Konstruktion von Bauteilen und was im Endeffekt auch die Nacharbeit und das Einbauen der Teile angeht. Und da sieht man vielleicht die ein oder andere Herausforderung noch gar nicht, dass es von dem Technikthema eine nächste Stufe gibt. Und diese nächste Stufe, wenn man in der Technik Meister geworden ist, heißt sozusagen die Denkweise und die Herangehensweise. Weil es kann sein, dass Sie nur ein paar Kleinigkeiten ändern an Ihrer Herangehensweise, um an Anwendungen ranzukommen und den Ursprung von Anwendungen auch zu kennen, damit Sie genau wissen, dort entsteht gerade eine 3D-Druckanwendung, dass Sie Ihr Technikthema, das Sie eh schon kennen, hervorragend hinzufügen können. Und dann haben Sie sozusagen den Booster, um in das nächste Level zu kommen, in der Hinsicht, dass Sie noch mehr Anwendungen drucken können. Weil wenn Sie Ihr Gerät im Griff haben, Ihr Nachbearbeitungsprozess im Griff haben, wenn Sie die Software im Griff haben und das ganze Zusammenspiel aus diesem ganzen AM-Prozess, dann fehlt Ihnen eigentlich nur noch ganz vorne, wo genau kann man es noch öfters einsetzen und ganz hinten in dem Prozess, wie viel hat es denn wirklich gebracht. Und darüber sollten Sie viel eher nachdenken, dass Sie diese zwei Komponenten da vorne, also wo sind die Anwendungen, wo sind noch mehr Anwendungen, wo sind Anwendungen, die hatten Sie noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist wie so ein weißer Fleck, den man einfach noch gar nicht kennt, weil man noch gar nicht wusste, dass man weiße Flecken hat. Das ist so, wie wenn man das Gefühl hat, dass man gar nicht gesund werden muss, weil man nicht weiß, dass man krank ist. Also das ist, wenn man gar kein Bewusstsein zu dem Thema hat. Und auf der anderen Seite natürlich noch, wie viel Effekt bringt mir das Ganze dann schlussendlich? Wie viel Geld und Zeit hat man wirklich eingespart auf einen bestimmten Zeitraum hinweg? Und natürlich, wie ist diese Innovationskraft im Unternehmen vorangestritten? Und um jetzt auf diese Formel zu kommen, ist es im Endeffekt so, dass sich diese Formel aus, es kommt darauf an, ob man den letzten Bestandteil aufsplittet oder ob man den zusammennimmt. Also es ist am Anfang die Denk- und Herangehensweise, das ist der erste Punkt. Dann kommt die Anwendungsfindung, dann kommt die additive Konstruktion und zum Schluss die Materialauswahl und die Technologieauswahl. Und Material- und Technologieauswahl, die würde ich jetzt einfach mal zusammennehmen, weil das ist ein Thema, das haben die meisten jetzt schon drauf. Die wissen, für diese Anwendung nehme ich zum Beispiel diese Art und Weise von Technologie. Da kann man auch das Standardmaterial nehmen oder man nimmt im Endeffekt ein etwas spezielleres Material, was zur Anwendung passt. Aber die Themen Denk- und Herangehensweise, Anwendungsfindung und additive Konstruktion, die sind in dieser Formel nicht so stark ausgeweitet, wie man eigentlich denkt. Denn die Formel besteht jetzt aus Material und Technologie ist gleich Erfolg. Dabei sind da noch mehr Variablen, und zwar die drei, die ich vorhin gesagt habe, die dazu führen, dass dieses Ergebnis einfach noch viel größer wird, dass die Resultate, die dabei rauskommen, noch viel produktiver sind, noch viel flexibler. Also, dass sie nochmal eine Stufe höher gehen. Und genau dann, wenn man eigentlich an dem Punkt ist, man meint, man hat vieles schon erreicht und es läuft jetzt super und man denkt sich, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt informiert man sich über andere Technologien noch und macht so seine AM-Strategie. Dann ist man eigentlich an dem Punkt, dass man diese Felder ganz dringend aufarbeiten muss, um nochmal ein Stück weit höher zu kommen. Und das kennt man wahrscheinlich, wenn man sich denkt, ich kann es jetzt nur an dem Beispiel festmachen, man war jetzt im Urlaub und war in einem ganz tollen Vier-Sterne-Hotel als Beispiel und denkt sich, das war schon super. Aber dann gehen Sie mal in ein Vier-Sterne-Superior-Hotel, in dem Fall nochmal eine ganze Stufe höher, wo die Hotelübernachtung vielleicht 800 Euro die Nacht kostet. Dann sehen Sie, dass Sie dort nochmal einen ganz, ganz, ganz anderen Service bekommen. Und man gar nicht wusste, dass hier noch eine Steigerung da ist. Und viele bei uns aus der Beratung, die wissen einfach am Anfang, es läuft super, ich muss da nicht viel machen. Und auf einmal merken Sie, da ist ja ein ganz großes Feld, das habe ich noch gar nicht beackert, da müssen wir jetzt unbedingt rein. Und dann öffnen sich da ganz viele Türen, wo Sie schnell durchschreiten können, weil wir die richtigen Methoden sozusagen auch dafür haben. Die K3A-Methode, die wir dort entwickelt haben zur Anwendungsfindung und zur Akzeptanzerhöhung von 3D-Druck im Unternehmen trägt dazu ganz stark bei. Aber ich will nochmal ganz kurz auf diese drei Punkte eingehen, die ich vorhin genannt habe. Also diese Denk- und Herangehensweise als ersten Punkt in dieser Formel ist natürlich so, dass als allererstes mal Umdenken angesagt ist. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, der weiß, er soll umdenken. Aber was heißt Umdenken denn überhaupt? Und für was muss man denn umdenken? Also wenn man sagt Umdenken, also was muss man denn umdrehen im Denken, dass man überhaupt dorthin kommt. Und da gibt es sehr, sehr viele Halbwahrheiten und widersprüchliche Denkansätze, die dort draußen kursieren und im Umlauf sind, dass sich viele Anwender, die meinen schon erfolgreich zu sein, immer noch blockieren, als dass sie diese Umdenkschritte, die sie dort vornehmen wollen, dass die sie noch weiterhin blockieren. Also sind Sie da extrem vorsichtig, bitte, dass Sie diese Denkansätze zwar nach außen geben, Sie aber immer noch an dem Punkt sind und sich denken, ist es überhaupt richtig, was ich mache? Was bedeutet denn das ganz genau? Und holt man da vielleicht nicht oder kreiert dort nicht noch weitere Einwände, weil man das selber nicht ganz verstanden hat? Also ganz oft ist es so, dass man dort in Anführungszeichen an eine falsche Geschichte glaubt und diese falsche Geschichte sozusagen dafür sorgen kann, dass man weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, weil zwei gegensätzliche Punkte sozusagen wirken. Also wenn es einerseits heißt, man muss dort umdenken, andererseits ist es aber auch schon kommuniziert worden, dass so wie die Bauteile jetzt aussehen, auch okay sind. Und das steht ganz oft im Widerspruch zueinander, diese Denkansätze. Und wenn man das nicht richtig betrachtet, dann ist man weit unter seinem Potenzial und schränkt sich selbst zu sehr ein und ist gar nicht offen dafür, diese, sagen wir mal, noch nicht entdeckten Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von 3D-Druck auch wirklich zu finden. Und wenn wir dann weitergehen in der Formel zur Anwendungsfindung, dann ist es natürlich so, dass man ganz oft gehört hat, ja, um Anwendungen zu finden, muss man durch das Unternehmen laufen und Anwendungen suchen. Das ist auch nur halb richtig, denn wenn Sie hergehen und versuchen, einfach nur ein bisschen durchs Unternehmen zu laufen und mal nach Anwendungen schauen, dann gebe ich Ihnen ein ganz gutes Beispiel. Das ist so, wie wenn Sie dieses Spiel vom Kindergeburtstag kennen, mit Topf schlagen. Also es werden jemanden die Augen verbunden und er hat so einen Kochlöffel in der Hand und im Raum, im Wohnzimmer zum Beispiel, einen Kochtopf versteckt. Und alle, die auf der Geburtstagsparty mit dabei sind und sie dort sozusagen blind auf den Boden krabbeln und versuchen, den Topf zu treffen, dass die anderen, die mit im Raum sind, sozusagen darauf eingehen und sagen, wärmer, wärmer, kälter, ganz kalt, heißer, umso näher sie sich dem Topf sozusagen widmen. Und nur durchzulaufen durch das Unternehmen, ein bisschen zu gucken, das ist so, wie wenn Sie das Spiel spielen, mit Topf schlagen, nur ohne Kochlöffel und mit Augenbinde und mit Gehörschutz. Also Sie hören weder was blingen, wenn Sie dann da drauf schlagen, andererseits hören Sie gar nichts und sehen tun Sie auch nichts. Also Sie laufen da sozusagen blind und taub durch das Unternehmen und finden die Sachen nicht richtig. Und dann, wenn Sie was gefunden haben, dann kriegen Sie meistens Widerstand von den Kollegen und treten sozusagen in so ein Fettnäpfchen hinein, dass dann vielleicht das ein oder andere Bauteil lange genug in der Konstruktion schon war, mega aufwendig zu fertigen. Und jetzt kommen Sie und sagen dann, das muss man anders machen. Und genau die Punkte, die dort stattfinden, dass Sie die richtigen Anwendungen finden, dass Sie wissen, wo Sie überhaupt suchen müssen, dass Sie wissen, wo der Ursprung der Anwendung ist und wo sozusagen auch eine Anwendung und wie eine Anwendung entsteht, das steckt in der Formel in der Anwendungsfindung. Und das ist ein ganz großes Thema, dass Sie nicht immer diesen Druck ausüben müssen auf andere Abteilungen und sich denken, ja gut, hoffentlich kommt da was, hoffentlich finden wir da was. Und Sie versuchen Druck aufzuüben auf den Menschen, dass er Ihnen Anwendungen raussucht oder Ihnen die Zeichnung zuschickt oder er sozusagen einfach mal den Datensatz rüber sendet. Dabei geht es vielmehr darum, den Druck aufs Ergebnis zu kriegen und diesen Druck eher von der Gegenseite zu betrachten, also dass eine Sogwirkung kommt. Dass auf Sie Leute zukommen und sagen, kann man das auch drucken? Kann man hier auch was machen? Hier haben wir eine Problematik, hier haben wir eine Herausforderung, hier regt sich jemand die ganze Zeit drüber auf, da hat der Kunde sich zurückgemeldet etc. etc. Und dann, wenn wir noch weitergehen, zur dritten Position zu der Formel, die additive Konstruktion. Also da habe ich in den letzten Jahren ja einiges gesehen. Das heißt lange nicht, und da bitte vorsichtig sein, wenn in irgendwelchen Zeitschriften coole additiv designte Bauteile drin sind und Sie nicht wirklich wissen, was der wahre Grund war, warum so designt worden ist, dann bitte ich Sie das auch einfach nicht so halbherzig zusammen zu kopieren aus ganz vielen Bauteilen, weil man meint, das macht man im Endeffekt so, sondern man schaut ganz genau hin, was man wirklich braucht und nutzt diese Grundprinzipien der additiven Konstruktion. Und anhand dieser Grundprinzipien können Sie sich schon ganz, ganz viel herleiten, anstatt immer herzugehen, um sich von anderen Bauteilen was abzuschauen. Und sind wir mal ganz ehrlich, da haben viele schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil es schwerwiegende Konsequenzen gehabt hat, weil man meint, man muss so konstruieren, aber weil man nur meint oder glaubt, aber man wusste es im Endeffekt nicht. Das ist ganz wichtig da dabei. Und additive Konstruktion ist weitaus einfacher, als Sie denken oder sich jetzt vielleicht ausmalen im Kopf, denn Sie kriegen bei 3D-Druck so viel einfach dazu, dass Sie nutzen sollten, anstatt Sie es die ganze Zeit ablehnen. Und das, was Sie doch dazu bekommen, man kann sagen, das kriegen Sie umsonst oder kostenlos oder einfach bereitgestellt an Möglichkeiten, die sollten Sie nutzen. Sie müssen nicht alle nutzen und alles ausnutzen, sondern so wie sie im Endeffekt für die Anwendung gerecht ist. Und manche übertreiben es vollkommen oder die untertreiben es komplett, dass man im Endeffekt viel Material verbraucht, Verzug hat im Bauteil, Stress mit den Kollegen, hohe Kosten etc. Und der vierte Punkt, wie vorhin schon gesagt, ist Material und Technologie. Da sind viele schon so weit, dass sie sagen, das passt. Und dann kann auch Erfolg mit 3D-Druck rauskommen. Wenn Sie wissen, an welchen Blockaden Sie stehen und da brauchen Sie jemanden von außen, der Ihnen das mitgibt, weil Sie nicht wissen, was Sie nicht wissen können. Und in der Anwendungsfindung muss Ihnen jemand zeigen, wo Sie und wie Sie den Ursprung von Anwendungen auch entdecken und herausfinden. Und in der additiven Konstruktion geht es eher darum, Misserfolg in Zukunft zu vermeiden, dass man einfach bestimmte Dinge weglässt, die man eh nicht mehr machen sollte. Und dann kommen Sie erst richtig zum Einsatz bei Material und Technologie. Und schlussendlich haben Sie den 3D-Druckerfolg, den Sie sich im Endeffekt auch gewünscht haben. Also wie Sie sehen, es geht nicht immer nur um Technik. Es geht auch sehr stark um die Herangehensweise, um das Richtige, was Sie tun, auch richtig zu machen, anstatt hier wieder an bestimmte Fehler heranzulaufen, sich bestimmte Einwände selbst erzeugen und sich dann darüber aufregen oder enttäuscht sein, warum die ganze Sache einem entsprechend so schwerfällt. Also, das ist die 3D-Druckerfolgsformel. Das wollte ich Ihnen in dem Fall mitgeben. Wenn Sie diese einzelnen Punkte der Erfolgsformel jetzt auch für sich im Unternehmen umsetzen wollen, wenn Sie dafür einen konkreten Plan haben möchten, dass Sie nicht alles jetzt versuchen, alleine zu regeln und alleine vorzuschreiten und dann wieder an den einen oder anderen schwierigen Punkt kommen, wo Sie nicht weiter wissen, bieten wir an, dass Sie sich bei uns ein kostenfreies Erstgespräch, also ein Strategiegespräch bei uns buchen. Durch den gehen wir ganz genau auf Ihre Situation ein. Und wir haben jetzt mittlerweile so viele Maschinenbauer beraten. Da glaubt man immer, dass man in einer sehr speziellen Situation ist und dass das nur bei einem speziell selbst so ist. Aber ganz oft stecken die Unternehmen größtenteils in der gleichen Situation und wir sehen dort ein ganz starkes Muster. Sonst hätten wir die Methoden, die wir jetzt zur Hand haben, also die Werkzeuge, die wir Ihnen dort mitgeben, die hätten wir sonst gar nicht auch so gut entwickeln können. Also, Sie können nur profitieren, wenn Sie bei dem Erstgespräch mit dabei sind. Hören Sie sich das einfach an. Sie haben dabei natürlich auch die freie Wahl, jederzeit Ja oder Nein zu sagen. Es würde auf jeden Fall was bringen und Sie haben absolut nichts zu verlieren. Also tragen Sie sich einfach zum kostenfreien Erstgespräch bei uns ein. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann! Töne